Im Blitzhäuser Schönbuchstadion ist am Sonntag bei besten Wetterbedingungen das insgesamt 31. Läufermeeting der krummen Strecken über die Bühne gegangen. Vor rund 2000 Zuschauern und bei allerbestem Wetter zeigten die nationalen und internationalen Stars unter den mehr als 700 gemeldeten Athleten Leistungen der Spitzenklasse. Über 600 Meter verbesserte Amel Tuka, der weltjahresbeste über 800 Meter aus Bosnien-Herzegowina, mit 1.1521 den Stadionrekord des ehemaligen polnischen Europameisters Marcin Lewandowski. Für einen zweiten Stadionrekord sorgte das 19-jährige Wunderkind Konstanze Klosterhalden mit 8 Minuten 55,66 Sekunden über die 3000 Meter. Einen ausführlichen Bericht zum Läufermeeting in Blitzhausen gibt es am Dienstag in einem Sportticker Spezial. Einen ausführlichen Bericht zum Läufermeeting in Blitzhausen.